Pass auf, man wird schon kommen. Guck mal, ich seh mal in der Reglemente. Ich höre was, Frauen, Frauen, richtig? Verstehe ich? Was? Ja, das sind jetzt nur Frauen. Das waren Frauen. Links geht der Mond auf. Ich lasse das Küchenfenster auf, ich stehe hier verkehrt. Ich gucke mal. Dann kommen wir sofort wieder, okay? Okay. 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 stellen sich am Himmel auch nicht mehr. Die Welt ist so ein ganz heller und der ist weg. So war so ein Polarstern das gewesen. Der Merkur ist hinter den Wolken. Kriegst du nicht mehr, der ist weg. Das ist scheiße. Bis ich es noch Glück kann, dass ich den Kometen erwische, sei denn auch nicht. Was? Ich auch nicht. Der Mond wird auch die ganze Nacht zu selten sein. Da habe ich Glück gehabt, dass wir morgen früh den Untergang kriegen. Ja. Auch wieder in Rot. Aber hier, die Färbung kommt nicht. Ich bin in den Wolken. Mhm. Gerade waren ganz leichte rote Nordlichter. Bima. Ja. 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 Das ist einer auf der Treppe unten. Guck mal nach. Huh? Ist einer auf der Treppe unten? Guck mal nach. Guck mal nach. Vielen Dank. Guck mal, ob da den Samot auf geht. Guck mal zur Seite. Das ist so fristierend, echt. Guck mal. 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 Das war's für mich. Der dort ist besoffen, der Tief, guck mal. Der da ist besoffen. Guck mal nach dem Mond, ey, der ist. Ich sehe die gar nicht. Ich sehe die gar nicht.